hallo liebe leute und herzlich willkommen eine neue runde overwatch steht an eine runde blamieren diesmal noch zu dritt der gute ja genau da hinten unser highlight typ der hat keinen bock mehr der pennt schon weil er kein highlight bekommen hat in der letzten folge der brilli wie ist da hallo und daher dessen hackfresse schon genug kennt haben wir immer noch immer noch einen wunderbaren gast mit dabei und zwar den guten bombi hi jetzt mach mal weiter hier jetzt endlich dann highlight kriegst und wir endlich mal wieder ruhiger leben können ja das waren in der letzten runde waren es echt richtige versager besonders die drei die halt aufnehmen besonders die die vor allem waren die namen da unten ja die waren richtig schlecht ja mal gucken was ich jetzt nehme ich weiß gar nicht ich hätte gerne mal die mit dem wurfstern aber ich weiß natürlich nicht welche das ist genji ist das genji ist das ja der kann auch einen drachen machen die gennisch genji genji kann auch einen drachen machen ja also so ein schwertschlitz ultimat wie viele maps gibt es denn hier dass wir jedes mal schon einige gibt schon einige ich nehme mal die war diese scharf aus wenn gut wer ist das die war nennt sich die ach da die manga mäuschen da ist die tank ach das ist die sie so ein tank hat ne ja die hat so ein meck hat zwei tanks ja links und rechts ein oder was da kam das stoff mit zweimal bastion hier oder was ja man und zweimal ist man kann auch sechs mal machen aber wie gut ist das team denn hier bitte keine konstrukteure keine scharfschützen nichts nichts alles scheiße zweimal die war wer hat denn die schon wieder genommen alles scheiße deine elli bei erster die war ich neben anderen kommen und dann mit der anderen anderen wow das ist so das ist springen einer hatten anderen was mache ich denn mit dem messer was war das gerade was sie gemacht hat keine ahnung so an den rand stürmen und dann abschlitzen das habe ich gemacht aber das andere das e mit e die messer raus ah dann kannst du projektile die auf dich kosten werden reflektieren das ist natürlich krass wo kommen die noch aus die kommen da hinten raus denn aus dem ecken die schlitzpisser ich stelle mich hier hin und renne direkt auf einen zu mit meinem ich werde dabei sterben aber vielleicht krieg ich einen meister judas ist in unserer gruppe ja ich fühl mich ein bisschen für sich ein bisschen verraten ja ja ich werde rücken dem nicht zu wenden kneipen kämpfer immer schön mit dem arsch an der wand lang ist klar okay es geht los die schlacht beginnt die schlacht beginnt die schlacht ist voll im gangen mein ding ist schon tot ob ich mit der bau nicht zielen kann auch hier wieder dieser scheiß hanzo mann hanzo hier wie treffen die eigentlich einem genau immer in die fresse so aus 100 metern alter was war das denn ich kann mit der glaub ich überhaupt zur hölle war das denn der zu treffen der hat mich gewonnen hätte damit der kann ich überhaupt nicht wechsel was geht mit den leuten ab die machen ja nimm gar keinen schaden die arschlöcher ach komm ich muss einen anderen nehmen wir haben dreimal genji und zweimal bastion ne ist klar ausgeglichen alter ich verstehe das nicht womit ich hier schieße mit erbsenpistolen oder was wir haben den scheiß punkt schon wieder kannst du halt nicht sein ne fuck bam double kill alter angeber scheiß angeber hier kackt vom hielten spruch immer ja hier hier kackt der japaner schon wieder seine drachen raus ah dieser blöde hauk hab ich verlaufen alten oh gott da kommen sie schon mit sieben leuten wieder vor allem nur sechs im team ne alter ja mit zwei von hinten wie soll das gehen hier sind zwei hier ist so ein richtig dreckiger mist campen das scheiß sniper unterwegs das werde ich jetzt auch passt du dir zu deinem charakter so eine spielart ja da hält denn sein schild tja das kann es doch nicht sein das war ich brilli ja ja ich weiß ich wollte nur weg ich hab nur 26 hp gehabt nein wahnsinn ich hab einen kill scheiße einen kill habe ich bin so geil ich treff nix haben die endlich auch irgendwie so 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 hitboxen also im sinne von dass kopftreffer mehr aua machen oder ist es irgendwie alle ich denke schon dass kopftreffer mehr schaden machen alter was denn hier boah wie wir hier auf den sack kriegen alter die haben einfach sechs minuten zeit im schalf das gibt es doch nicht es ist echt ein bisschen krass so meister judo steht mit mir dagegen ich bin dem spiel eigentlich nur tot also bisher ja ich bin aber auch scheiße hätten die beiden idioten ja das spiel läuft doch nicht so gut bei dir weil ich könnte mit dem bastion ja jetzt hier richtig abgehen aber die machen ja gar nix unsere beiden bastionen die sind richtig schlecht vorsicht da hinten ist wieder so ein hanso da bin ich vor mir kann sich niemand verstecken pass auf die kommen ich sehe infrasicht erhalten warum denn betäubt jetzt eigentlich von wem denn was zum die hat durch die wand geschossen alter okay die haben wallhack alles habe ich heute noch gelesen dass die ersten zwei mann alter das gibt es ja gar nicht voll durch die wand vielleicht müssten wir uns auch ein bisschen mehr teammäßig organisieren ach klappe mit brilli wird das ja immer nix was wir haben das doch die ganze zeit siehste judas hat uns verraten da ist falk reinhard gegen reinhard ja scheiße mann voll verkackt mann 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 aber wie was ist los mit uns ich habe vielleicht einen kill gemacht oder so ich war auch richtig schlecht aber ich muss halt bastion haben sonst awesome duck hieß da einer im anderen team awesome duck und wir hatten Meister Judas ja toll weißt du bescheid weißt du bescheid der ist noch abgehauen dann ist das auch noch einer aus unserem team der highlight ist das kann es doch gar nicht sein ach der kann sich bewegen so weit als Ulti ah das wusste ich nicht dachte der ist immer stationär kreise wir haben immer das eigene team wollten ja natürlich macht der manchmal auch match bewertungen oben ach das kann man auch ich weiß nicht wofür das sein soll ich auch nicht ich drücke immer minus oder mitte je nachdem wie gute gespielt hast ja ja wir haben wieder so ein muschi herrchen für level 9 ja kacke neue bestleistung verstehe ich auch nicht alles ich hatte auch irgendwie zwei sekunden bestleistung ich weiß nicht ob das der schnellste sterben ist oder so vielleicht ist das nach helden wenn er den einmal spielt ist halt eine sekunde am besten oder so du bist gespawnt und gleich gestorben ich habe schwarzen bildschirmen ich auch ich auch jetzt alles klar ich nehme wieder mercy komm mercy mercy ist die heiler zu sehen ich habe heute so ein ding gesehen da stand mercy ist gegen niemanden gut aber die heilt halt scheiße aber die kann gut heilen ja ja ich mach dir einfach keinen schaden bastion jetzt ich will jetzt nochmal einen win hier da ist schon bastion er aber der kann den nicht der kann den nicht dreimal bastion okay dann nehme ich niemand anders dieser mizuji hat ja bewiesen dass er kann ich mach jetzt mal den hanzo ohja mach mal hanzo mach mal hier schön mit dem bogen wehe du kannst es nicht kann ich nicht ja gibts ja auch mal ich muss ja erstmal gucken wie der funktioniert also anwesigen geht schon mal nur müssen wir angreifen oh kacke ja schade ins boost schade in schade in fein legt ja der kann den mit e kann er den so aufsplitten dann ist es gut in eng räumen und mit shift kannst du so ein schallfeil machen dann sehen wir die gegner auch durch die wände in dem kleinen bereich ach der machst du es ne das kann willowmaker als ultimate auf der ganzen karte auch achso ja der erklärwombat muss mal wieder hier alles ja allerdings ne ich hab im trainingsbereich die so ein bisschen guck mal alle ach du hast trainiert du bist ein cheater ey ja klar hat ja nichts gebracht ne ja okay leute lass den hanso frei ja lass den hanso frei das klingt falsch der kleine hanso der kleine hanso möchte aus dem bälle paradies abgeholt werden wo sind die idioten komm bleib mal hinter dem fetten ich bleib lass uns doch mal zusammen bleiben vielleicht schaffen wir dann ja mal was ich bin oben lang ja wir sind ja hinter dir erwachen erwachen soll ich so ne sonarfeil mal loslassen kannst du mal machen mach doch mal was mach doch mal was nützliches seid ihr noch hinter mir ja ja ich geh natürlich nicht voraus wurde hinten Leute schon geballert jo hier gehts los ich muss da hin ich muss da hin aua alter fick dich doch ins Knie uuuh ich muss hier weg uuuh ich muss hier weg uuuh der brilli bekommt aufs maul uuuh ich hab dich gerettet brilli ja ich danke ich kann mit dem überhaupt nicht anvisieren der hat überhaupt kein äh ja man kann nicht mit dem richtig anvisieren das nervt mit dem zu treffen ist schon ein bisschen schwieriger ach scheiße also diese 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 bastion wenn der irgendwie stationär ist hast du glaube ich keine chance den irgendwie zu knicken äh zu knacken oder auch mit meinen pfeilen halt schwierig er geht super easy und schnell down echt alter der ist ein nahkämpfer geh doch mal bei die Leute ey rillie ist kritisch verletzt ja ich hab 5 AP noch gehabt danke dir alter was geht denn hier ab ey da oben komm schon den muss ich auch mal spielen mit den knarren den hatte ich schon mal den rücken geschossen das ist der knarren das ist der knarren was ich bin wiederbelebt geil Womby geil war das alter Typ ey was geht das war mein ultimate was hab ich für ein Ulti wer bist du denn Hansow hu 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 Rillie du hast dein Ulti ist halt der Krachermann ach ja aber du musst zielen du musst du erst zielen und dann Ulti drücken weil dann kannst du dich nicht mehr bewegen wenn du den getrückt hast ok boah bin ich schön ins geschütze gerannt ey scheiße aber wie der hat mich auch immer schön an die Beine da rumgetackert scheiße Mist ey ich kann mit dem überhaupt nicht umgehen ey ich wechsle den jetzt welchen kannst du nicht? Hansow kannst du nicht? ich nehme jetzt mal den den du mal hattest diesen verrückten alter auf so einen mobilen äh Ultimaten kommst du auch nicht klar hier auf so einem Bastion mit seinem mit seinem Panzergeschütz da vorne drauf der ist stark ne der ist mal richtig übel vor allem komm ich hier aus der Tür raus und guck dem genau ins Rohr ich kann so ich kann so schnell gar nicht heilen wie ihr herunter kommt hier das geschütz komm da hinten aus der Tür raus mir stirbt keiner weg die Stunde hat geschlappt so leicht werden die mich nicht los Bitch alter ist die schnell die Drecksau ist doch krass alter komm mal zurück zum bargain damit er sich bewegt oh 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 man 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 ey der ist auch scheiße was ist denn das so ne okay ich will mal ein Hero alter wo seid denn ihr? wir sind weiter beim Wagen also ich zumindest mit der Truppe hier ich komm jetzt mit dem Bastion Matt Johnny und Mizui ja ich ziehts ich bin hinter dir Brilli ich bin hinter dir ja wir haben Checkpoint alter das klappt geht doch zack oh man du Pissvieh ey betäubt nein nein ach scheiße da oben steht der Wichser ich schuck die Nase da konnte ich nix machen Alter jetzt haben sie uns aber gewiped ey da konnte ich nix machen Aua 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 das ganze Team eliminiert oder was? weiß das schlecht ne bis man da wieder reinkommt wir hatten ne gute Position jo jetzt lief jetzt auch gar niemand komm Brilli auf gehts feuer's ja da sind alle warte 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 wir machen auf die anderen noch ja warte ich bin auch schlecht da mach mal geschütz Brilli ja mach mal geschütz Brilli oh 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 fuck fuck man ey alter das wird dann mal alter oh wieder überlebt danke dir bitte bitte boah kommt der angefahren bring ihn um alter ja ich kann nix tun ey wenn der einmal bei mir ist dann ich hab keine Ahnung mit was dieser scheiß ach fuck man was mit dem ich in Ordnung ich hab Ulti ey ich kann jetzt mal reinhauen Zwiebel ich bin direkt hinter dir ok lass aber mal kurz noch auf die anderen warten oder? ich komm gleich ich bin direkt hinter euch oh Brilli hat schon Schaden bekommen uuh fucker scheiße da hinten steht ein Bastion alter im Double Kill ich hab ein Double Kill gemacht mehr konnte ich nicht ja du bist schön an dem an dem Ding vorbeigefahren ey scheiße ja ja hab ich nicht gesehen kennst du einen schnellen Weg hier hin? ich bin schon wieder hier ich bin auch hinter euch also go alter hier oben ist ein scheiß Sniper oder wat? oh man Zeit für ihn zu liegen beat ja schaltet den aus ich fuuut ich fuuut uah auu huu alter wieso? ok mich haben sie wir haben nur noch zwei Minuten was? ja danke Wombi bitte bitte bei Zwiebelpeter ist grad so ein Strohball entlang gekrabbelt ok weiter vorrücken vorsicht Bastion Bastion tot ich hab Ulti wenn die jetzt kommen direkt drauf sauber sauber Bombi sauber Bombi oh ich bin betäubt ich kann nichts machen boah was war das denn ey? das war Reinhardt sein sein äh Ulti ja alter was gehen komm vorwärts ey in eine Minute wird ja wohl gehen we try scheiße ich bin tot mist 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 blöbst pff danke oh Mist ey kacke 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 ich kann schon scheiße da hat er mich vorher gesehen ey was ist das denn für ne scheiße ja mich auch ich wollte ihn eigentlich flankieren der kleine Mist sack na gut ich war genau in seinem Sichtfeld ich dachte das wäre vielleicht außerhalb scheiße man ey das war der loose der loose das war der loose ja das schafft man immer fuck wir müssen zum Wagen vorrücken der ist ehemlich weit weg ne bis ich da bin in 5 Sekunden keine Chance die haben jetzt perfekte Positionen haben die da scheiße aber es war ne gute Runde ja diesmal waren die ein bisschen flüssiger ja fach mich nervt das nur ein Herokun ey Highlight des Spiels immer dieser scheiß Bestien ey ich has den der ist halt auch am easiest zu spielen glaube ich ja der ist ok boah jetzt hat hier in einer Killcam wie er dich erstmal schon weggeschnatzt hat da aber wie ey ey dann war er ja im Highlight ne Willi hatte sein Highlight jetzt boah hier das ganze Team weggeballert Womby ja Zwiebelpeter mal da muss ich mich jetzt mal selber hier dann gehen keiner hat mich hochgevotet Alter hast du aber sehr gut gespielt Womby danke für die ich geb mein Bestes und jedem scheißegal du bist das als Heiler ja das waren zwei Folgen ne ich würde sagen ja ja genau dann haben wir mich verlassen ja liebe Leute vielen Dank da draus dass ihr es mit angeguckt habt und ähm wir übernehmen weder Rechnung für abgekauute Fingernägel kaputt geschlagene Monitore Tastaturen oder sonst irgendwas ihr habt Pech wenn ihr euch das anguckt wir hatten aber trotzdem ne Menge Spaß und ähm ich freu mich auch wenn es weiter so geht mit euch da draus auf jeden Fall also mit dem Brillibi und natürlich auch dem Womby Womby so bin ich denn jetzt hier in nem Game Peterli hast du es nicht drauf oder was so jetzt bin ich raus ich finde übrigens der Genji der sieht aus wie ein Xbox Controller irgendwie tschüss 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 tschüss